Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Perfect Platinum! Was daran so perfekt ist, weiß ich nicht. Leute, ich darf meine Pokémon nicht voll entwickeln. Das ist der Sinn der NFE-Challenge. Bitte versteht das doch endlich oder lest wenigstens die Beschreibung. Also so langsam habe ich es satt, das zu sagen. Aber okay, let's go. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Und habe natürlich direkt vergessen, mal meinen Schutz einzusetzen. Max Repel, yay! Und ja, ich bin jetzt hier hingelatscht. Halleluja. Hat auch gar nicht lang gedauert. Und ja, wenn das jetzt falsch ist, dann beiße ich mir aber den Popo. Weil Regi hat gesagt, du musst von Herzhofen rein. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich von Herzhofen rein. Weil ich wusste das nicht, habe ihn gefragt. Und ja, aber ich denke mal schon, dass das richtig ist. Ich meine, er ist ja der Pokenerd. Und er weiß alles. Alles! Alles. Jetzt auch nicht, ich brauche auch Ste... Ach du Scheiße! Lass mich bitte fliehen. Noch ein Max Repel, danke. Das ist aber schön von dir, äh, nett von dir. Und noch habe ich nicht trainiert, ich hatte keinen Bock. Ich wollte ja eigentlich irgendwann mal ein bisschen trainieren. Ist da unten noch was? Ja, ein Item. Aber, ja, keine Lust. Wie gesagt, leider. Weil, äh, ja, nee. Gibt noch andere Projekte, wofür ich ja leveln muss. Zum Beispiel... Bin ich jetzt hier richtig? Irgendwie nicht, ne? Oh, nee. Kann ich noch irgendwo anders lang? Oh, guck mal, einen, einmal bewegen und schon direkt hier nächstes Pokémon. Okay, einmal Max Repel sprühen und dann jetzt hier, bla bla, fetter Brocken. Ja, ist okay. Ich kann doch nirgendwo anders lang, oder? Oh, sag nicht, ich bin falsch, ey. Okay, mein Gott, oder? Ne, da oben kann ich lange. Ha, hierhin, schmeißt hierhin vom Müll. Warum kommt jetzt hier dauernd? Mein Gott, ich muss gleich... Hm. Oh, ist das übel, ey. Jetzt muss ich das besiegen. Und kann mir auch gleich dann mal eine Hyperpost reinschmeißen, wa? Ja, sieht so aus. Zack. Und schon geht's mir gut. Und dann level ich auch bald mal wirklich. Also, weil das wird ja dann nur noch eine Heilungssache. Und das wäre nicht so schön, ne? Ich weiß. Deswegen. Nur für euch. Sonst würde ich nicht leveln, glaube ich. Also, würde ich privat spielen, würde ich, glaube ich, nicht leveln. Weil leveln ist so eins der Sachen, die ich in Pokémon überhaupt nicht leiden kann. Ich weiß, es gehört dazu. Aber wenn's so schleppend ist, dann ist leveln einfach beschissen, Leute. Es ist einfach so beschissen. Und er redet jetzt da, dass wir da Team Galaktik, bla bla. Und wir sind bald in dieser komischen Spalte da, wo es die Ratina gibt. Und ich überhaupt überhaupt keine Ahnung, wo ich da lang muss. Und deswegen mal gucken, wie ich das mache. Wie ich das löse. Ob ich da nebenbei eine Komplettlösung aufhabe oder so. Weil ich will ja jetzt nicht stundenlang rumirren. Ich hatte schon vor, das bald zu schaffen dann. Und jetzt weiß ich nicht, wo lang es da geht. Das möchte ich gerne wissen, aber... Ah, wo geht's hier lang? Ah, okay. Ah, ein Starpiece. Wie toll. Krieg ich ein bisschen Geld. Wow. Ich find, die vierte Generation ist so eine derjenigen, wo man nicht so den Geldmangel hat. Auch wenn man ein paar Probleme hat und verliert. Das find ich ganz gut an der vierten Generation. Das war's dann aber auch. Und ups. Das war nicht meine Absicht eigentlich. Jetzt kann ich's auch schon fast wieder vergessen. Da war ich mir dann auch zu fein, um auszuwechseln. Und leider muss ich auch einen Sklaven dabei haben. Also Raven ist nicht dabei. Da schick ich Chavi raus. Mit Return. Super, super. Und schon ist eins tot. Und ich möchte... Boah! Habt ihr das Level gesehen? 59. Yo. Aber sonst geht's denen gut, ne? Ach du Scheiße. Warum sind die wilden Pokémon hier auf Level 59? Ah. Ah. Ne. Ne, diesmal aber nicht. Diesmal lasse ich das nicht mit mir machen. Boogie. Ha, ha. Click and take. Bam. Yeah, alle Blacht 90 für mich. Woo. Und ich will mich wieder mal entwickeln. Ah. So. Super Potions draufklatschen. Hab genug. Hätte mich fast verploppt. Ich hab grad... Ja, egal. So. Ho. Und jetzt hier hoch. Los, Chimcha. Tja. Ich weiß gar nicht, wo lang ich muss. Hier? Oh, jetzt kommt wieder das, ey. Wo ich so rumirre und überhaupt gar keine Ahnung hab. Ne, ne. Hier muss ich mich rein, oder? Oh, ich weiß das nicht mehr. Ich geh mal erst hier hoch. Ich glaub, das sind nur Trainer. Aber ich weiß das nicht, ey. Keine Ahnung. Okay, hier könnte ich wieder Schutz einsetzen, aber... Safi ist toll. 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 Oh, cool. Baum. Was geht ab? Ja, wieder runter. Hm. Jetzt ist wieder hier Sayu-Live-Action rum... Dinge in C. Jetzt könnte ich aber wieder einen Max-Repel benutzen. Hm. Hier rein, glaub ich. Bin mir sogar relativ sicher, dass es hier rein war. Relativ. Ja. Ach, Gott sei Dank, ey. Das wäre peinlich gewesen. Und jetzt auch nicht, ich muss da unten rein, ne. Hauen, du. Naja, das kann... Natürlich kann das Faint-Attack. Hallo. Ich weiß auch nicht, warum ich da drin geblieben bin. Kogi. Okay. Drain Punch. Nom, nom. Hat das Flame-Buddy? Ich glaub nicht, ne. Und Golbert. Ja, da schicken wir doch jetzt mal den Salver raus. Mit seinem geilen Ice-Fang. Nom, nom. Und nochmal. Jawohl. Und viele befürchten ja, dass ich Knack-Krack später nicht besiegen kann. Leute, das befürchte ich auch. Und ich glaube, daran wird es scheitern. Dass ich da irgendwann irgendwann... Also wirklich aufgebe oder einfach overlevel. Oder sie doch entwickle. Ich weiß es nicht. Aber ne, entwickeln wahrscheinlich nicht. Denn dann haben die irgendwann mal Level 70. Natürlich voll egal gelevelt und so. Und ja. Ne. Aber ich glaube nicht. Als ob ich das schaffe. Ich wusste es. Mann, schade. Jetzt hab ich grad Hoffnung gehabt. Aber nein. Sie wird direkt wieder kaputt gemacht. Golbert. Ja, Chavi, komm. Chavi, ich habe Hoffnung. Ja, das ist aber gut. 43. Boah. Ups. Revive muss ich wieder raushauen, leider. So. Aber jetzt heilen zu gehen oder so? Boah. Ne. Kein... Also wirklich. Boah. Das wäre das äußerste meiner Gefühle. Also. Das ging jetzt nicht. Okay. Muss ich jetzt hier wieder raus? So. Ich hoffe, ich bin richtig, ey. Ne. Ich meine, ich müsste hier... Wo? Ich habe keine Ahnung mehr. Dafür, dass ich keine Ahnung habe, boxe ich mich aber noch hier durch, wa? Da rein, glaube ich. Oder? Ja, doch. Das ist richtig. Boah. Gott sei Dank. Kann aber sein, dass ich trotzdem gleich noch mal ins Pokémon Center muss. Oh. Natürlich ohne euch. Keine Angst. Da braucht ihr jetzt nicht so... Nein. Aber... Oh. Ich habe einen Pokémon Down gekriegt. Sauber. Gameio. Nein. Nein. Oh. Kuki. Kuki, wie wär's? Rainpunch. Ja. Super. Jetzt bist du wieder voll. Brauche ich dich wenigstens nicht heilen? Und next. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich drauf gehen werde. Also mein Drifton. Oh ja. Das sieht stark danach aus. Mean Look. Okay, jetzt kann ich mich mal wechseln, wenn ich möchte. Okay, das ist gut. Habe ich es doch geschafft. Und ein Golbert. Da wechse ich jetzt wieder zu Salber aus. Weil ich würde das sowieso nicht überleben. Vielleicht doch. Aber ich glaube nicht. Ach, Päusen. Das ist doof. Ja gut, da muss ich jetzt kurz den lieben Salber... Ich heiwache. Davon heilen. Und einmal Super Potions raushauen. Wenn ich es jetzt treffe, die Pokémon. So, einmal. Zweimal. Und für Chubby noch einen. So. Jetzt geht es denen doch allen wieder ein bisschen besser. Einfach hier hoch. Das ist auch keine Herausforderung für uns. Hoffe ich doch mal. Die normalen Trainer, die gehen. Ich wusste es, ey. Ja, ist klar. Ist klar. Ist klar. Aber die Pokémon-Spiele hassen mich im Moment sowas von. Ihr werdet noch sehen, warum. Später irgendwann. Och, das gibt es überhaupt nicht, ey. Na, das macht mich immer so... Wenn Pokémon so gegen einen ist. So, nochmal Strange. So, Down. Und Chougang. Ja. Ne? Gut, dass wir Raven dabei haben. Schicken wir mal Regi raus. Haben wir lange nicht gesehen. Und Intimidate. Schaut den auch gut. Und dann machen wir mal Dick. Das ist auch sehr effektiv drauf. Und das passt dann schon. Allen geht's gut. Außer mir. So, ich heil mich auch nur so ein bisschen, weil ich glaube, das hat sowieso keine... Das ist sowieso... So, und jetzt sind wir hier. Ich habe ein bisschen Angst auch reinzugehen, weil ich kann da drin nicht mehr trainieren. Aber ich glaube, ich komme auch wieder raus, wenn ich will. Ja, hopp. Lässt uns jetzt... Oh, ist das ein Doppelkampf. Oh, 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 oh. Okay, das geht noch. Aber ich habe keinen Fahnen dabei mehr. Ich habe ja so das Gefühl, dass beide jetzt gleich abdanken. Weiß nicht, ne? Ich mache mal Force Pump. Ha, ha, ha. Ich wusste es. Critical Hit. Ey, irgendwoher kenne ich das. Och, ey, nee. Irgendwie gibt mir das kraterisch auf den Sack, diese ganzen Critical Hits. Egal. Ich darf ja nicht sagen. Flamethrower. Down. Och. Och. Hallo. Sage und Flamethrower, beide jetzt auf Flamio. Oder bei Flamio. Da kann man nie wissen. Zurecht. Nein. Gut, dass Poison keine Wirkung hat, wie zum Beispiel Brennen. Hier. So. Gut. Beide weg. Lass mich jetzt durch. Auch wenn meine Pokémon vergiftet sind und mega tot sind. Muss ich jetzt auch noch gegen die kämpfen. Oh. 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 Ich glaube, ich besuche mal eben ein Pokémon. Ich weiß nicht. Wird man geheilt? Oh. Wahrscheinlich nicht. Wie viel Geld habe ich denn? Ein bisschen. Ach, komm. Wir sind jetzt mal ganz großzügig. Aber so mega großzügig. Oh. Wir haben genau zwei Antidotes noch. Aber so mega, mega. Und heilen jetzt alle so. Ups. Das sollte eigentlich nicht sein. Aber egal. Ups. Na, komm schon. Okay. Auf Speed heilen ist ganz schön beschissen. So. Jetzt geht es allen wieder so halbwegs gut. Das passt schon so. Hi. Nein. Du darfst ihn was nicht stören. Und ich werde dich bla bla bla. Und jetzt kämpfe ich mit... Ach. Jetzt kämpfe ich mit Larry an einer Seite. Ja, genau. So war das ja. Ups. Aber geheilt sind meine Pokémon nicht, ne? Ne. Ja, cool, ne? Einmal Shadow Ball. Oh. Das ist ja nun wirklich mega geil. Jetzt haben die ein Light Screen unten. Eww. Das ist aber eklar, wahr? Ja, Sayu, du bist... Äh, wow. Naja, solange die das die ganze Zeit machen. Oh, jetzt greifen sie beide mit dem an. Ich habe ein bisschen Angst, wenn der stirbt dann nicht. Neben mir, dass ich dann keinen Partner mehr habe. Okay, das ist schon mal down. Oh, oh. Oh, oh. Das könnte jetzt... Oh. Ach, shit. Ich habe Destiny Bond gemacht, aber ich war leider zu langsam. Ja, wen schicke ich denn da? Ähm, äh, äh, auf jeden Fall Chubby. Und mache erst mal Fake Out auf dieses Bunk Tank da. Ach, greif mich doch nicht an. Doofes Brunzel. Und Return. Oh. Das ist aber übel, wahr? Das hat Light Screen gemacht, alles klar. Dann weiß ich ja schon mal, wie ich nicht schicke. Ich schicke meinen Schatz mal. Einmal Intimidate drauf, ist ja nicht falsch, ne? Und dann... Äh, die ziehen so viel ab. Äh. Ja, ich glaube, ich heile mal eben mit einer Mumu-Milch meinen Aschkümmer schwimmen. Wow. Schön, wenn beide einen angreifen. Ah, danke, Mann. Oh, danke, Babfockstuch. So, jetzt nochmal heilen. Mhm. Ey, warum auch immer dieses Vieh mich die ganze Zeit angreift. Das ist aber nervig, ey. Hört doch mal auf! Ja, okay. Ne, ist klar. Ja, leckt mich doch am Arsch. Danke, Mann, Fakt, du hast doch auch mal angreifst. So was kannst du? Leckt mich. Okay, mein Schatz, ist dauerlich. Okay, reicht noch Level, aber... Das kann ich vergessen. Das kann ich vergessen. Ups, das wollte ich gar nicht. Aber ich könnte noch einen Flamesthrower drauf machen. Und das war's dann jetzt. So, wer auch immer schick kommt, ich schicksalbar raus. Äh... Eisfang! Ich glaube, es ist an der Zeit, jemanden wiederzubeleben. Und zwar erstmal mein Aschkommaschkomm. Und dann jetzt auch mit einer Mumu-Milch nochmal drauf. Oh, Gott sei Dank. Oh, Heracruz! Oh, nice! Okay, jetzt müssen wir es schaffen. Ähm, ja. Und noch ein Golbat, das ist perfekt. Einmal Ice-Fing. Auch wenn Heracruz jetzt down ist. Staroptor kommt. Ah, sauber. Okay, das war's. Haben wir es ja doch geschafft. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ach, nein. Vergiss es. Yay! Wir sind gut. Ja, wir sind geil. Danke, dass du meine Pokémon gehalten hast. Das brauchte ich auch. Und jetzt hörst du dich. Ja, vielen Dank. Und alles ist fertig für die Creation of the New World. Also, neue Welt zu kreieren. Oh, yeah. Und er ruft jetzt Giratina. Oh. Böse, böse. Es ist jetzt, glaube ich, der untere Bildschirm, auf dem alles passiert. Das könnt ihr gleich nicht mehr sehen, glaube ich. Aber mal gucken. Erstmal wird jetzt die Dimension geöffnet. Oh, mein Gott. Die Alga und Palkia. Oh, ich hab Angst. Und ja. Ich hab die Kontrolle. Und ich bin so toll. Und diese hässliche Welt werde ich nun wieder schön machen. Oh, das da unten sieht aber schön aus. Mit Turbots und so. Schaut, dass ihr das nicht sehen könnt. Aber naja. Was soll man machen? Leider, das ist nicht der Desmometer. Hätte ich jetzt auf den unteren Bildschirm geswitcht. Aber so geht das leider nicht. Yes, no, Sayumi. Blablabla. Das könnt ihr alles leider nicht lesen. Haben sich jetzt die Bildschirme gewechselt? Oder ist das Absicht? Na toll. Ja, egal. Ihr kennt das ja alle, ne? Also jetzt kann ich... Da kann ich jetzt leider nichts gegen machen. Hm. Ja. Da, da kam die Ratina. Ja. 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 Zack. Und zack. Alle drei. Ja, geh nun da rein. Wir helfen euch doch später. I'm sorry. I took so long. Ja, aber hallo, ey. Ja, ist okay. Ja, ja, ich bin auch voll traurig. Und jetzt geht er rein. Ja. So. Ja, jetzt sind wir in dieser Chaoswelt. Wo ich überhaupt gar keine Ahnung habe, wo es lang geht. Wirklich gar nicht. Ich weiß nicht. Ich kann es ja erst mal ohne komplette Lösung versuchen. Also, ja. Ne? Dann seht ihr mich da rum, Ian. Und wenn ich im nächsten Part merke, dass wir überhaupt nichts, dann... Ja, nein. Dann... Dann... Dann hole ich eine Karte oder sowas. Also, bis zum nächsten Part. Von Perfekt Platinum. Bis dahin. Bis dahin.